ich müsste jetzt eigentlich aufstehen gleich doch da bin ich der auf komm schon jawohl wo ist die knarre hier liegt der typ bei mir liegt hier rechts am moment hinter den tresen legte der und der viel drei bandages immer einer habe ich den crossbow oder soll ich die pistole mir ja suchst du auch jetzt eine crossbow 6 die wollte habe ich jetzt geil möchtest du das dings haben die pistole ich nehme mal die map noch die watch nein ich will die map die watch habe ich ja ich kriege aber jetzt ja keine antwort willst du bist oder nicht der andere den mann ich ja ich vergesse den namen immer so kann ich nur mit einer waffe rechtlich gibt es nur noch jetzt spielen jetzt wissen du musst einfach nur einmal richtig und dann bist du dann und dann wieder machst du raus so ihr wisst dass das heißt wenn ich eine pistole ja gut aber ich habe wenn ich vor der ganze tod so habe ich aber keine kein zielfernrohr nach hier ist noch eine uhr gut für watch für was brauchen wir die watch wie geht das überhaupt auf und du hältst o gedrückt oder doppel o damit sie angezeigt mit maps sieht man so auch übrigens ja klar aber das ist ja ein bisschen lästig um mal eben drauf zu gucken gott die karte was ist da denn los kann ich dir irgendwie so ziehen mit der typ blutet bei mir nach oben hin ich wüsste jetzt halt auch nicht wo ich bin außer da ich jetzt halt sehe wir sind in cerno aber man sieht sich auf der karte ja selbst nicht ja das ist eine leiche oder weiß ich nicht ich habe das rausgenommen was ich brauchte also schon los können wir weitergehen jetzt geht's ab zur long 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 die so ganz schön detailliert die karte muss ich sagen hat man da kein fadenkreuz oder so mit der mit der armbrust selbst wenn du ranzoomst du hast nur kim und koan in deinem fall hast du kim und boah da ist eine leere wasserflasche ich nehme mir mal mit ja ja ich habe in die volle genommen krass oder andere wachte mal am besten auf die anderen ja ich stehe jetzt nur hier an der mauer ich muss ja eben optik checken wo seid ihr denn hinten raus durch die gelben türen ist das der sauerbrust vor mir gut wo gehen wir denn raus jetzt hier in gelbe tür zum roten haus an der mauer ja ich sehe euch oh trinken makarov munition entschuldigung wenn ich jemand im weg stehe gerade ich merke auch gerade wenn man wenn man ausloggt dann hat man wieder komplett keinen durst und keinen hunger doch also ich nicht hat das sei liebste viel hole wenn das mark auf ist dieses wie munition oh hier ist das sehr gar nicht da liegt auch so auslag also für den haben wir vergessen da haben wir vergessen da haben wir gesagt einfach nämlich einen namen finden wir die ja das sind fünf magazine und auch die kriegst automatisch mit also ich nehme an die makro wird ja ja und hier überall in den raum sind noch mehr verteilt und hinten rechts wieder nur hier sind noch liegt auch zwei trinken also eine uhr habe ich schon ja dann brauchst du noch die hier noch zwei man so damit noch ja die bruder die brauchst du nicht mitnehmen es ist schwer solche waffen zu finden 12 gauert ey die bolzen zählen einzeln wie kaputt ist das denn bitte ja die kannst aber immer wieder einsammeln wenn du zum beispiel ein zombie gekillt hast ah cool das ist cool ali g was killed nein warum haben wir ali g gezählt dann hat er seinen charakter sofort created und den skin genommen ops da genau so aussieht gibt es denn was wir müssen auf den namen vergessen guck mal an den namen vergessen kommt zu kommen ja das ist schwer es ist schwer es ist doch nicht schwer mensch ach man warum immer dieser scheiß stacheldraht da könnt ich kotzen ich hab doch kein stacheldraht gehabt ja dann guck mal vor dir so oder weil der kirche ja aber trotzdem nervt ja oder liegt was ja eine leiche oder ist der am leben ne der ist tot also dann riecht es ich glaube der schimmelt schon aber den kann man nicht anklicken oh wie liegt das am altar doch kannst du wohl der ding wieder gauch ist der hat aber nichts sinnvolles dabei gehabt hier links liegt noch zu trinken wenn jemand braucht oh ja ich hab nur was leeres er hat nichts dabei empty soda cans wie bitte ich habe gerade nur gesagt dass der typ nix erwirkt warum ist er weg ich bin mal rundibus ich tu mal den scheiß stacheldraht weg wenn jemand haben will du kannst ja beim rausgehen vor die tür setzen dann nervst du jeden anderen auch damit wie kann ich denn den ablegen das geht gar nicht äh draufklicken unten rechts drop also hier wenn jemand will nehmt mal und kann jemand ärgern damit was hab ich jetzt gesagt hotel und dann feuerwache ne ja hotel was ist das fubar hotel nochmal fubar fubar ah da oder ähm wo sollt ihr jetzt ich bin nur kurz um die ecke gegangen hier hallo hinter der schinter lalala ich schieße ich tot den alten sack warum habe ich jetzt wieder andere klamotten anfang nicht voll doof vor allem hast du gerade mit mir eine facebremse gemacht guck mal raufel raufel das habe ich beim mark gemacht der erzählt einen schlechten witzig so guck mal hin guck mal raufel hier ist der friethof ich bin die ganzen zombies raus da können wir auch noch voll rein aber wieder liegt da ein schlauer stacheldraht da kommt ein zombie da kommt ein zombie an den rand einfach hier rein ich mach das schon bleib doch mal stehen du scheiß zombie da ist er da ist er da ist er ich habe mal erwischt aber irgendwie da ist ja noch einer hilfe geh weg du blutest ja ich weiß ich will meine arm hauptsache nicht wegbewegen ah was macht denn der der rutscht da rum mein armbrustbolzen ist weg oder tür rechts in der ecke ruga machst du dich jetzt bitte mal heile jaja äh wo hab ich dir denn da bandit yourself tweet 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 oh da liegt ein magazin die ich umwandeln kann das super wirst du auch schon jemand oben nein ja wie denn ich habe mich direkt um so ein bisschen kümmern ähm ich will mein bolzen zurück die acp munition die kannst du umwandeln in m 1911 munition ok wo ist mein bolzen der ist weg ja das ist das problem bei diesen buggy typen hier ohohoho wegfindung für den arsch makarov munition und noch mehr munition für mich ich kann rumballern sowas die makarov ja ne 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 ich hab ich hab fünf magazin jetzt recht erstmal hier liegt noch mal zu trinken hier ist ein bolt hier hinter dir ist direkt so ein feil ist das vielleicht meiner sogar dabei ein bisschen ne aber das ist kein stil bolt also hier oben liegt noch mal genügend zu trinken alles klar aber warte ah ich sehe das ich sehe das hotel trinken habe ich genug wo kam die schritte denn bisher das war nicht ne ne das waren straßenschritte das waren straßenschritte kann auch von uns sein also von oben uga warum wir müssen auf jeden fall rechts zum großen gebäude zum hotel nein hier geradeaus guck doch die straße runter hier wo ich hingucke achso warum weil das das hotel ist ja ja klar aber was ist da gut stuff wenn du glück ok und da wir sind sind das oder Achso, das Ding war offen. Bei mir war das nämlich gerade zu von weit weg aus. Oh, hier liegt was. Ein Bolt. Muss ich mal was wegschmeißen. Ich leg mal, will jemand Sardinen? Du hast aber noch deinen Rucksack, ne? Achso. Wie mache ich den jetzt auf? Einfach auf den Rucksack klicken, open back machen. Ah, okay. Ah, das ist ja cool. Aber halt, um die Sachen benutzen zu können, musst du die dann später wieder in dein Inventar tun. Also von den Schüssen her würde ich sagen, der ist an der Feuerwache, Marke, so. Da ist ein Zombie auf dem Feld. Warum sehe ich das Brecheisen nicht? Das liegt direkt vor mir. Keine Ahnung, bei dem Brecheisen besonders das in der Ecke bugt. Du musst da am Punkt genau drauf sein, das ist irgendwie voll dumm. Guck mal, roffel, roffel, roffel. Roffel, roffel. Wie die Scheiße, ey. Kann man nicht die Aufzüge, ja gut, ist klar, dass die kein Strom haben, aber... Da brinnt Feuer. Feuer. Man hat's doch als Startausrüstung. Ja, aber du hast keine Batterien dafür, bringt also nichts. So ist... Ach, deswegen konnte ich die Nähe benutzen, das ist... Moment mal, du denkst so weit, dass man Dosenöffner braucht, aber nicht, dass... Ja, ich mein, hallo. Du kannst doch nicht ohne Batterien hier anfangen, vor allem, wenn du nachts anfängst. Ja, deswegen sollte man nachts nicht anfangen. Ja, hab schon gemerkt. Außer man hat ein Nachtsichtgerät. Ja, dann fang damit mal an. Ich muss aber sagen, es nimmt einem so ein bisschen die Angst, wenn man hier zu viert rumrennt. Das kommt noch, keine Angst. Aber... Jere Schritte, die irgendwo anders hinrennen, als ich war. Ja, ja, das war ich, ich bin hinten rum. Hier, was haben wir da, das ist Civilian Clothing. Sollte man die anziehen? Kannst du machen, da siehst du ja, könnte dir was bringen, keine Ahnung. Man sieht ja aus wie ein Zombie, das ist, glaube ich, nicht so toll, oder? Boah, warum? Oh, hier liegt noch was, eine leere Whiskyflasche. Kann man vielleicht auch mal volle Whiskyflaschen finden, das fände ich lustig. Dazu möchte ich nichts sagen. Ah, hier ist nur ein Pfeil, Pfeil. Und 15 Rounds, 1866er Slugs. Man sollte meinen, dass ich mich freue, wie viele Magazine ich hier kriege, aber 6 Stunden sind definitiv zu viel. Kann jemand was damit anfangen? 1866er Slug? Nein. Moment. Was kämme ich mit dem Munitionsablauf raus? Oder doch. Oh, kein Stock gebrochen. Wie geht noch mehr Munition für mich? Oh, trinken. Oh, äh, versperre ich hier gerade an dem Weg? Äh, würde ich unbedingt. Ich wüsste halt nicht, wo ich's hin tun soll. Die Muni, wo seid ihr überall? Nehm dir. Guten Tag. Ne, ich muss schiffen. Wie, ich muss schiffen? Wo war denn genau die Munition? 1911er Markerow, ich nehme alles mit, was ihr nicht wollt. Das tue ich in meinen Rucksack. Ja, du hast ja auch einen Überfall. Aber die 1860er kann ich gebrauchen. Beschützt mich, ich muss, ne, kurz ab. Schießt dich schnell ab. Ich will deine Knarre. Fuß. Sagen einfach, es wäre ein anderer Spieler gewesen. Hä? M203, M95er, was gibt's denn hier alles für Magazine, ey? Oh, fein, fein. Ein Rucksack. Hier gibt's was für'n Grenade-Down-Shop. Was? M95D-Munition. So, Marc, bist du das vor mir, oder? Ne, 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 ich bin da. Ach so. Ach, du hast ja die Schrotflinte, ich dachte schon. Was ist das denn? G17 Magazin. Was ist das schon? Ja, halt für ne Pistole. Wie viel Waffen gibt's hier denn? Ich dachte, es gibt zwei, drei Pistolen und so und das war's dann. Hier gibt's genügend Waffen. Über 30. MGs, alles. Sniper. Äh, fuck, ich hab vergessen, wo die Feuerwache ist. Ja, das ist schlecht. Äh, ist gar nicht so schlecht. Ähm. Ist denn hier vorne Industrie, oder was? Äh, ne. Oder? Wo seid ihr jetzt hin? Da draußen. Wo die Tür, warte, was wolltest du? Wie heißt das, Nora, dieses? Da ist ne Feuerwache, ne, so sieht die aus. Das ist halt, äh, Military Point. Also ich hab hier, wie heißt die nochmal? M1911. M203 hab ich. M95, brauchst du die? Ja, ich brauche die 1866er Slugs. Mach's da. Mach's aber leise, ne? Wie kann ich die ablegen? Muss ich dir erstmal ne Back ziehen, oder was? Die musst du im Inventar haben, nicht im Rucksack. Äh, was haltet die? Ja? Ja, sag. Äh, was haltet die von Krankenhaus eben und dann, äh, Feuerwache nochmal suchen? Ah, ich hab's kapiert. Okay, musst vor mir liegen. Jo, danke. Haben wir schon neun gleich? Okay, schütz. Verleck mich noch Fett, Mann. Musik Also einer von euch, Aber hier ist der Jackpot-Teil, ne? Nein, ich vertraue nicht mehr auf Leitern, seitdem ich einmal von einer runtergeklitscht bin und dann gestorben bin. Kann man die Fenster jetzt auch kaputt schießen? Nur mit deiner dicken. Ja, realistisch alle Scheiben, ja nochmal. Watt, die sind bei mir nur... Oh oh! Äh... Rein hier hin! Ich kann nicht schießen! Verreckt doch! Oh Gott, sind das viele! Alter! Ich will nicht sterben! Wo seid ihr alle hin? Ich bin hier drin, rennt rein, rennt rein! Wer macht denn starre Draht hier überall hin? Alter, die können mich doch mal kreuzweise, was liegt denn hier alles? Bloodbag! Bloodbag! So, ich habe jetzt 5 Bloodbags, 2 Epipens, 2 Morphium und das war's. Ich bin voll. So, ich habe noch ein paar. Ja, ich kann auch nichts mehr nehmen. Aber hier sind noch ein paar Bandages. Wenn ihr wollt. Sag mal, ich packe die mal alle, die Bolzen mal, die... Ich habe hier gar nichts mehr frei. Passt da. Hallo Junge! Danke! So, ihr wisst, dass wir ein bisschen was angelockt haben, vielleicht ein Spieler, ne? Nehmt euch mit, was ihr könnt. Bandage, Bloodbags, das Wichtigste natürlich. Und Epi ist ganz gut. Hätte ich noch Platz? Ja, so wie du Platz hast, ne? Wie viele Bandages hier sind? Ja, in jeder Box 10. Wir sind aber so viele, ich denke mal, wir haben... Oh, ich werde... Ja, ich habe es gesehen. Was? Ja, gut. Von wem? Ich weiß aber nicht von wo. Ich auch. Ich weiß nicht von wo. Ich zittere die ganze Zeit hier. Bleib hier stehen, bleib hier drin. Ich habe auch nicht gesehen, von wo der Schuss kam. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja gut. Passt ganz gut eigentlich. Rabin Hero wurde auch getötet. Ich glaube, der ist irgendwo auf dem Torm oder so. Äh, ne. Der Schuss hat sich hinter mir angehört oder rechts von mir. Der ist irgendwo auf der Straße. Der hat auch drei Schüsse für mich gebraucht. Das heißt, so fette Sachen kann er nicht benutzen gerade. Band. Es wäre gar wunderschön, wenn ich jetzt in Cerno rauskomme. Was ist der? Kann man nicht über Kim und Korn irgendwie zielen? Das ist mir total stressig. Einmal rechtsklick. Ach so. Oh. Ich halte die ganze Zeit gedrückt. Ich zitter halt die ganze Zeit. Kann ich mir nicht irgendwie Morphium oder sowas geben? Pain Killers. Boah, das ist ja viel zu schlimm hier. Äh, Wildernis. Juhu. Wo sind die denn alle? Wo ist irgendeine Pain Killers? Ich hab keine. Na doch, da sind sie. Du hast so viel, äh, in Anführungszeichen, Schrott dabei. Irgendetwas davon ist schon gut. So ist der Arsch. Amt. Keine Ahnung. Ihr könnt riskieren rauszurennen und dann zickzack. Bis ihr halt, äh, rausgefunden habt, wo das herkommt. Aber so schnell geht das, Brugger. Wir können vier Leute sein, wie wir wollen. Wenn wir nicht wissen, wo die sind, dann, äh, oder der ist, dann sind wir genutzt. So, am besten jetzt, äh, rausrennen. Vom Wasser, oder? Wäre halt echt geil, wenn ihr genutzen könnt und dann von uns ein bisschen was mitnehmen könnt. Zumindest die Waffen. Äh, aber... Ich sag mal so, ihr habt ja eh schon genug, falls ihr uns wieder treffen jetzt. Ja gut, Leute, ich bin jetzt erstmal weg. Viel Spaß noch. Wow, Zombies, ja. Alles klar. Alles klar. Bis dann. Ciao. 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 Okay, na, ich bin in, äh, Baltow-Dings da. Das ist also rechts von mir, Scherno, ne? Okay. Wo ist der Typ, ey? Ich würd gern wissen, wo der Typ ist. Ja, ich auch. Ich nehm, ich nehm mal an, der ist rechts von uns gewesen. Wenn der da rausgeht, rechts. Wobei... Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Warum ist da ne Smoke? Ich hab keine Waffe, aber da wurde einfach mal random ne Smoke geschmissen an den Zelten. Sehr gut. Wenn er mich jetzt killt, wird's richtig ärgerlich. Ich hab so viel guten Kram einstecken, ey. Ich weiß nicht, ob wir einfach rennen sollen. Probier's aus, aber Brugan? Ja? Kannst dir ja vorstellen, wie ich drauf war, nachdem wir getötet wurden, eben nach den 5 Tagen. Ich glaub's dir ja. Richtig viel geilen Stuff und dann... Wart mal. Oh mein Gott. Da schießt ein Eierkopf auf mich. Ich weiß gar nicht, wo du gestorben bist, André. Äh, wenn du rausgehst, ist ja links das Tor. Ja? Ja, da ist er gestorben und ich bin mitten auf der Straße gestorben. Da kommen Zombies aber. Nicht schießen. Ich hab nur die Zombies, äh... getötet. Lass du den Punkt an dem, an dem Krach machen in der Stadt, weißt du. Wir waren da jetzt gerade zu unvorsichtig. Ah, da vorne kommen noch mehr Zombies. Oh Gott. Habt ihr doch nicht schießen sollen. Hallo? Ah, da ist er. Zombie. Wo sind wir hin? Wer war da eben hier? Oh, ich höre ihn irgendwann, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist denn der? Direkt von mir steht er. Der ist... Ey, doch nicht. Jetzt ist er down. Oh Mann, wo sind die Penner, die jetzt André gekillt haben und saubes? Ist nur einer gewesen. Da kommt aber noch ein Zombie. Wie gesagt, raus links oder rechts. Oder wartet einfach da, die werden schon zu unserer Leiche gehen. Oder der, je nachdem, ne? Ja, deswegen. Einfach chillig. Da warten, die abessen, die abtrinken. Oh, bist du das? Hast du da eben geschossen? Oder war das... Ja, das hört sich manchmal so an, als wäre das noch ein anderer. Aber ich glaube, da kommen noch mehr Zombies. Kommt noch viel mehr, die hören gar nicht mehr auf, ey. Wusstest du eigentlich, dass du bei dem Player Editor auch die Stimme pitchen kannst? Was? Na ganz dunkel, da bist du ganz hell, ey. Das ist voll lustig. Ich will den Schrank setzen da, ey. Das ist ein Zombie. Verdammt, ey. Wo sind die denn? Ich hoffe, meine Leiche liegt da noch ein bisschen. Ich sprinte und sprinte, ey. Keine Ahnung, wo der Typ sein kann. Ich bin vor der Insel, ich bin jetzt gleich an der Insel vor Scherno. Okay. Ich kann auch angesprinte, kann sein, dass ich mich dann mal ausloggen muss oder hier knallt die Zombies ab. Also hier liegt jemand am Tor. Okay, ich sehe euch beide. Ja, aber da hinten ins Zelt rein. Dass er da irgendwie drin ist. Okay, hier ist nichts. Im Prinzip kann er nur links oder rechts gewesen sein, weil... Oh, ich höre was schießen. Da oben, der ist da oben. Was? Auf dem Dach? Rennen irgendwo rein, rennen irgendwo rein. Wo denn, wo oben? Oben, ähm... Wie soll ich das erklären? Siehst du mich? Ne. Ja, Mark, wie wirst du den genutzt? Ich weiß nicht, ob ich den mit einer Winchester treffe und ich habe nur noch 9,5 Blut. Äh, ja doch, das geht's hier. Da oben auch so... Oah, Mann! Der B***er, der liegt ganz oben drauf. Ah, ist der auf dem Turm? Ja, ich habe nur noch die Waffe gesehen, glaube ich. Ach, da? Ja, da weiß ich wo. Äh, doch, ähm... Den kriegst du genutzt. Das sind so... Den Krieg mag aber... Ja, das ist frustrierend teilweise, weil... Wenn du grad Sachen hast und dann nix mehr... Oh, jetzt hat er mich auch erwischt. Na, das war's. Der kann sich feiern. Das ist ein Held. Oh, Gott! Oh, Gott!